Schöne Zwei-Zimmer-Wohnung in der Vollsanierung. Nach dem Spuh, weil wir sind im siebten Regen. Leider keine Lichtdiele, mit großer Kammer. Super helle Zimmer, wo es draußen gefühlt ist, super ruhig schlafen zum Innenhof. Das Schlafzimmer ist ostseitig, sie stehen hier mit der Sonne auf. Mehr geht nicht. Die Fensterseitig ins Zimmer. Sie sehen, die Tabelle ist aus den 60er Jahren. Und dann sieht sie da. Zu ruhig zum Innenhof. Heute wird es aber irgendwie überhaupt nicht helfen. So, die leeren im Garderobenbereich. Da sind wir hier im Wohnzimmer, den Westbalkon, das Name in der Schlafzimmer. Ostseitig ist es gegenüber das Zimmer Westseitig, immer schön nachmittags die Sonne. Das sind 7 KG, das ist natürlich die Weltplatte. Normalerweise sieht man von hier aus den Berliner Fernsehdom. Aber das hier an einem Nebel heute absolut ein Traum wäre, aber nichts zu machen heute. Trotzdem hell die Wohnung, obwohl Nebel herrscht. Jetzt zurück ins Wohnzimmer mit Westbalkon. Die Wohnung kriegt natürlich Laminat. Trotzdem gibt es eine helle Wohnung. Zurück zum Dieren, der da oben Bereich. Dann haben wir hier eine kleine Kleinstrom, weil keine Lampe drin ist, die Kammer. Dann haben wir hier den Katterobenbereich auf dem Weg in die Küche. Die ist noch fast neu. Mit Spüle und Gasherd und Oberschränken. Neu gefließt auch, aber die Tabelle eben von 1960 oder 70. Dann geht es zurück zum Wohnzimmerbereich mit der Ablage oben. Das ist leider kein Licht. Da ist das Wannenbad neu gefließt. Und dann sind wir durch die Zweizimmerwohnung. Auch schon wieder durch. Danke für's Zuschauen. Einen schönen Tag. Schönes Wochenende. Bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Danke schön, du.